herzlich willkommen zum neuen video da hat sich ein bisschen was geändert wir haben das update gemacht auf 1.39 deshalb hat es die fracht abgebrochen ich habe jetzt da bereits neue fracht gefasst und wie man klar sieht wir haben auch das fahrzeug gewechselt öfters was neues wir fahren dann eher traditionellen amerikanischen truck kenny 900 bisschen in der alten form der grossen schnauze ein bisschen an neue herausforderungen ist auch ein bisschen ein anderes kuppeln also könnte mich vielleicht ab und zu auslachen wenn ich das monster abwürge schau es fährt das ist doch mal ein anfang klar zu sehen da die grosse schnauze ist natürlich zu fahren schon steuern her von der platzeinrichtung schon ein bisschen was anderes als der meg den wir vorher hatten biege nach links ab ja gerade habe ich es noch gesagt ihr könnt mich eventuell auslachen mit dem motor abwürgen biege nach rechts ab biege nach rechts ab bitte links halten sc Leaving die unter sind fünf die se avete die Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts halten und dann rechts abbiegen Das ist schon ein ganz anderes Fahren mit diesem Fahrzeug Aber es macht Spass, es ist Deines, was sicher ist Bitte rechts halten Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus Immer geradeaus Wir fahren jetzt hier ans Siedl raus Und eine schöne Brücke Speedlimit 40 Das machen wir doch meistens Oh dear, das ist doch Alles gesperrt Jetzt mal schauen, können wir da noch durch Nein, da geht gar nichts mehr Aus einem Fall müssen wir einen kleinen Umweg in Kauf nehmen Neue Route finden Bitte rechts halten Ich bin schon mal Ich bin schon mal Rechts halten und dann auswart rechts nehmen. Nehmt die Ausfahrt rechts, links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, dann stehen wir hier und werden dann von der anderen Seite wieder auf den Highwayway auffahren, damit wir da von der anderen Seite auf das Kreuz kommen und hoffen, dass es so klappt. Der GPS sagt, es klappt. Wir werden sehen, ich hoffe es ist doch schwer. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da, 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 da. Da, da, da. Das ist schon ganz, ganz ein anderes Fahren mit dieser Maschine. Aber es macht Spass, ganz klar. Aber es ist schon sehr anders zum Ende. Sowohl in den Kurven, müsste mich reinträumen. Sowohl in den Kurven wie ebenso enger Einhausfahrten ist es doch schon nicht ganz so einfach. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Bitte rechts halten. Da, da, da. Rundfunk Hier ist die neue Wind, das kommt Lides, okay. Das ist die Schwäche. Motor hat. Aber so kann man vorwärts kommen, man muss auch ein bisschen öfter schalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, wie gesagt, das kommt sein Fahrzeug ist neu für mich, mit dieser Schnellzei und dann muss man zuerst ein bisschen die Punkte finden. Um sauber und geschmeidig in die Kurve zu kommen, die muss ich am besten anlenken, sehr gut, wir dürfen die Wagen passieren. Ja, das ist ein bisschen anders als beim Mack. Die ganze Schnellzei ist eben schon sehr viel länger, somit ist die ganze Zugmaschine auch länger. Ja, das ist alles ein bisschen anders zu fahren, Getriebe, Schaltung, ein wenig PS, muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Was wir sicher machen müssen, wenn wir diesen Frog länger fahren, was ich eigentlich im Sinn habe, werden wir den sicher auch noch ein bisschen aufmutzen, dass er optisch noch ein bisschen anders wirkt. Was wir sicher machen müssen? 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 Aber da kommt auch wieder mal eine schöne Brücke. Hier mal was für Saugen. Das sieht doch wunderschön aus. Ich liebe solche Brücken. Das war noch nicht die schönste, es gibt noch viel schönere Wand. Das war noch nie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020